ich grüße euch da draußen viele haben vielleicht letzte woche auch mein video gesehen gehabt dass ich bei hetzner in faltenstein zu besuchen datacenter war und gleichzeitig diese ganze arm 64 architektur so ein bisschen vorgestellt habe und letzte woche war es dann soweit hetzner hat halt eben diese arm 64 architektur in der cloud zur verfügung gestellt das heißt du ihr da draußen könnt jetzt ganz normal diese arm 64 architektur in der cloud nutzen und ich habe mir einfach mal angeschaut wie sieht es denn jetzt eigentlich mit dem sogenannten versprechen aus was hetzner uns gegeben hat haben wir jetzt wirklich einen preis leistungsvorteil und dazu schreibt auch jetzt aber sich auf der webseite das ist jetzt zwar unter dem dedizierten server hier aber zwei wichtige sätze darunter einmal hier mit blick aufs reds und leistung sind zwei singles reading kurs einem x86 hyper threading core deutlich überlegen also ihr müsst wissen einen arm 64 core ist halt immer nur mit einem thread belegt wobei ihr kennt selber bei euren pcs hier zu hause die meisten von euch zumindest haben eine ganz normale x86 architektur und unsere cpu heutzutage haben halt pro core zwei threads und hier wird halt eben gerade einfach vorgerechnet dass zwei kurs physikalische kurs von der arm 64 einem physikalischen core mit zwei threads in der x86 architektur einfach überlegen ist und das werden wir jetzt halt eben testen aber viel wichtiger noch es gibt noch einen zweiten satz und das ist dieser hier dieser ansatz ermöglicht es strom zu sparen und die leistung pro watt zu steigern wodurch wiederum die kosten für die kunden reduziert werden können das ist natürlich ein bisschen die frage habt ihr denn jetzt mehr leistung bzw gleiche leistung für weniger preis ja oder nein und dem thema habe ich mich mal so ein bisschen angenommen und halt jetzt einfach mal preis leistung performance der einzelnen cloud server so ein bisschen mal entgegen und das gucken wir uns einfach mal an mit ganz einfachen suspense ich habe mir dafür in der cloud drei maschinen einfach mal ausgerollt eine ganz normale die auf einem arm die epic läuft mit vier kernen einmal den arm 64 mit vier kernen und einmal einen arm 64 mit acht kernen warum zeige ich euch auch ganz klar ich gehe jetzt einfach mal rein sach faltenstein und wir gucken uns die maschinen hier einfach mal an ich habe hier unten nämlich diese vier kerne cpx 31 also vier mal epic sozusagen mit acht gigabyte ram genommen für den preis von 15 59 und wenn wir jetzt einfach mal zum arm oder zur arm 64 architektur rüber wandern sehen wir hier dass dieser cax 21 auch mit vier kernen und acht gigabyte ram um die ecke kommt ja der speicher unterscheidet sich ein bisschen aber trotzdem hier ist der preis einfach weniger als die hälfte also ist das zumindest unser performance vergleichbare system wobei ich natürlich auch gerne hingehen will und diesen cax 31 mit euch vergleichen möchte der hat dann vier kurs mehr aber der ist dann in der preis region ganz normal von halt eben der amd epic maschine und damit hätten wir dann quasi unseren kleinen preis leistungs vergleich also nehmen wir alle drei maschinen und werden die einfach so ein bisschen gegeneinander halten ich habe jetzt mal alle drei maschinen die wir gerade in der cloud provisioniert haben für euch geöffnet auf der rechten seite extra mal so ein h top fenstern mit wir auch sehen können ob unsere tests über alle kurs schrägstrichs red skalieren oder halt eben irgendwie ein single prozesses wir fangen jetzt hier oben einfach mal an mit einem süß bench cpu run das machen wir hier direkt oben auch auf der ganz normalen arm architektur ihr seht ja hier das ist der arm 64 klein mit vier kurs und das hier ist der arm 64 tschuldigung amd 64 der läuft hier auf dem arm die epic in der cloud und da sehen wir jetzt auch schon die ergebnisse die haben wir 16.000 events die er halt eben in zehn sekunden bearbeitungszeit schafft versus 33.000 events die er in zehn sekunden bearbeitungszeit schafft auf dem arm 64 jetzt nicht sofort aufschrecken und sagen wow das ding ist ja doppelt so schnell ja in diesem test ist das jetzt gerade so aber das ist halt einfach ein test mit einem befehlssatz wo einfach diese arm 64 architektur einfach ein stück weit überlegen ist aber wir wollen natürlich noch ein bisschen mehr vergleichbarkeit reinbringen und da empfiehlt sich einfach mal so einen 7zip benchmark test durchlaufen zu lassen das ist jetzt wirklich alles selbst selber hat so eine art benchmark tool mit onboard wo jetzt wirklich hingeht und er einfach irgendwelche pseudodaten komprimiert und halt eben auch wieder dekomprimiert und da sehen wir halt eben auch die anzahl an millions ich glaube millions instruction per seconds die halt eben dann ganz normal die systeme können auch hier wieder rechts oben schaut mal die cpus müssen halt eben wirklich bei diesem test arbeiten dieser test wackelt auch zwei drei verschiedene sachen durch und macht nicht nur dasselbe und da können wir jetzt mal sehen was wir dafür ergebnisse haben im average wert haben wir jetzt hier unten bei der arm architektur 16,272 millionen instructions per second und hier unten bei der arm die epic haben wir jetzt halt 15,9 das heißt bei diesem test sieht jetzt schon ein bisschen anders aus da sind wir halt eben einfach absolut vergleichbar und das ist auch das was ich euch eben schon sagen wollte ist wir können uns nicht nur auf einen test halt eben verlassen wir müssen mehrere sachen machen weil cpus können natürlich nicht nur ein befehlssatz sondern deutlich mehr befehls sätze abarbeiten und da fällt mir eigentlich sofort ein lasst uns einfach mal so ein geek benchmark test machen denn der macht ja wirklich verdammt verdammt viel und nicht nur so vereinzelt irgendeinen cpu stresstest oder so ein compression und decompression test sondern halt eben noch viel viel mehr aber ich will vorschlagen zur vergleichbarkeit machen wir natürlich unten in diesem bereich mit dem acht kerner auch noch mal diesen seven zip test die haben wir jetzt ja gesagt das hier ist ja unser hardware vergleichs test also vier kerne versus vier kerne und der test hier mit der kiste und der kiste hier unten ist ja quasi unser preis vergleichs test wo wir einfach wirklich bei in der hetzler cloud denselben oder annähernd denselben preis bezahlen und wie sich jetzt gerade das hier schon so abzeichnet bekommen wir dort wirklich mit den acht kernen die auch gerade voll belastet werden ein stück weit sogar das doppelte an performance wie gesagt jetzt bei diesem compression und decompressing test von 7zip bekommen wir einfach die doppelte performance für denselben preis ich habe ja gerade schon gesagt wir müssen so ein bisschen mehr vergleichbarkeit reinschaffen und der geekbench ist eine ziemlich ziemlich gute sache dank meiner community die auch gefunden hat dass auch der geekbench für die arm 64 oder art 64 architektur opfer zur verfügung steht habe ich den einfach mal heruntergeladen und jetzt können wir wirklich sehen der komplette geekbench wird jetzt hier einfach mal durchlaufen recht seht ihr jetzt auch dass die einzelnen tests jetzt einzeln die cpus belastungen jetzt gleich kriegen wir wirklich auf der geekbench webseite ja mal so ein bisschen mehr vergleichbarkeit rein um zu sehen und sagen zu können nachher alles klar welche cpu ist denn jetzt wie für mich geeignet und ist das hetzler versprechen weiterhin ein hetzler versprechen das ganze wenn wir sehen ich werde durchlaufen lassen und dann sehen wir uns gleich wieder die benchmark sind jetzt alle durchgelaufen und ich habe direkt hier mal die compare sich für uns aufgerufen alles was blaues seht ihr jetzt hier ist der arm 64 vierkern alles was graues ist dieser amd epic vierkern und jetzt können wir schon deutlich sehen bei diesen tests die der geekbench hier fährt haben wir wirklich so in etwa zehn prozent delay zwischen der arm 64 architektur versus der x86 architektur die auf den arm die epic drauf liegt und das ganze sind hier so ziemlich genau in dem fall jetzt hier 100 punkte was meines erachtens ja noch echt geht und wir gar nicht so stark merken würden und gerade halt eben in summa rum untenrum beim multi core sehen wir sogar nur in summe wie gesagt 200 punkte die uns dort fehlen was wirklich dann ja noch nicht mal fünf prozent wirklich sind wenn wir da mal so ein bisschen weiter durch scrollen sieht man halt ganz gut wohl liegen vielleicht mal schwächen oder irgendwo stärken keine frage wir sehen natürlich dass so ein paar prozent punkte das immer unten drunter liegt zum beispiel jetzt hier bei aes auch das hatte ich mir mal im vorfeld angeschaut ein aes chip dieses aes ni heißt es ja die technologie beim intel chip hat quasi dieser altra ampere oder ampere altra hat das irgendwie auch mit verbaut aber trotzdem macht er halt eben dieses ganze aes encryption deutlich schlechter muss man ja sagen 35 prozent weniger als halt eben der arm die epic das ist schon aus wobei halt andere sachen wie navigation oder text rendering halt irgendwie dann doch wieder deutlich besser laufen aber trotzdem overall glaube ich kann man sagen es ist sehr sehr vergleichbar man muss halt sehen was macht die eigene applikation daraus wenn wir jetzt weiter durch scrollt auffällig hier unten zum beispiel bei aes ist jetzt warum auf einmal bei den multi core tests also wenn alle vier kurs herangezogen wird unterscheidet sich der test hier wirklich nur noch in fünf prozent bei aes encryption wobei es irgendwie vielleicht bei einem single kurz vielleicht gab es auch ein problem beim test heißt ja nichts da wissen wir nicht das ganze muss man dann einfach bei weiteren test noch viel tiefer validieren vielleicht gibt es noch viel bessere aes tests um das halt eben ja besser validieren zu können weil hier ist es gerade nicht ganz eindeutig hier fehlen nur fünf prozent wobei hier oben halt eben 35 prozent fehlen ich habe jetzt zur vergleichbarkeit natürlich noch mal den geek benchmark aufgerufen für das system mit den acht kern das ist ja unser preis vergleichs system und da sehen wir wirklich im multi core bereich ganz klar wir haben da acht kerne die wir halt eben bedienen können versus vier kerne wobei schon die vier kerne ja ziemlich vergleichbar waren selber hier wirklich ganz klar wir bekommen halt eben wirklich für den selben preis deutlich mehr leistung wenn wir das ganze natürlich auf multi core runter berechnen das heißt also auch für euch da draußen wenn man das ganze jetzt mal hin und her rechnet lohnt sich das ganze extrem wenn man halt eben also eine applikation darauf betreibt die halt multi core fähig ist oder multi spreading fähig ist gerade dann wird man halt eben den performance schub für denselben preis so wie es hier jetzt zumindest dargestellt wird auf jeden fall merken das waren jetzt auf jeden fall die ersten teste ich gemacht habe wie gesagt wir haben noch gar nicht über den horizont geschaut von wegen wie gehen überhaupt applikationen mit dem thema um wie es überhaupt schreiblese operation wenn das aus der cpu kommt wie kann die cpu mit dem ram besser umgehen und so weiter das haben wir alles noch gar nicht betrachtet das waren jetzt wirklich erstmal nur oberflächliche benchmark tests für die cpu aber trotzdem zum fazit thema ich bin auf jeden fall dermaßen überrascht dass hetzner da wirklich sein versprechen der aber einlöst was preis leistung angeht wir bekommen wirklich für einen deutlich günstigeren preis annähernd dieselbe cpu kraft in dem fall zehn prozent vielleicht weniger aber wenn man den preis einfach mal gleich setzt bekommen wir doch fast über 100 prozent mehr leistung als das was wir halt eben aus dem x86 bereich bekommen würden wie gesagt abschließend gibt es noch eine ganz wichtige sache dabei ist das ist jetzt hier nur ein benchmark test wir müssen immer auf der ebene gucken der applikation kann die applikation hat eben mit diesem ganzen befehl satz der arm 64 architektur also des risks halt eben auch ebenfalls gut mit umgehen oder belasten wir auf einmal mit unserer applikation die arm 64 architektur die cpu hat eben irgendwie deutlich mehr glaube ich nicht wir haben schon mal so ein bisschen getestet mit einem engine x und so das sieht alles super super aus deswegen ich glaube wir werden hier mit dieser ganzen arm 64 architektur in zukunft sehr sehr viel spaß haben aktuell bin ich davon dermaßen überzeugt und wir werden uns natürlich gemeinsam in einem der nächsten videos auch wirklich mal die dedizierte maschine einfach mal anschauen wenn das ganze eben nicht in der cloud liegt und wir wirklich die 80 kerne aus deiner ampere alter halt eben bedienen können oder beziehungsweise direkt bedienen können wenn wir uns im nächsten video anschauen vielen dank für dieses video haut rein macht's gut Ciao